Hallo. Heute unboxen wir mal was ganz anderes und zwar für unseren Zweitkanal Karis Grimmskram, wie ihr ja seht. Wollen wir heute mal ein wenig Essen unboxen. Und zwar haben wir schön hier eine HelloFresh Box gekauft. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das ist fünf Gerichte, die von... Zwei oder fünf. Also es gibt verschiedene Systeme. Du kannst für drei Tage oder für fünf Tage dir Essen kommen lassen und für zwei Personen oder halt für die ganze Familie. Es gibt gemischte Boxen, so wie wir haben, mit Fleisch. Weil Fleisch, wir lieben Fleisch. Es gibt auch rein vegetarische. Und wir haben hier die Box für fünf Tage, für zwei Personen, mit Fleisch für 54 Euro. Das ist eigentlich für fünf wirklich, also wir haben schon mal probiert, für fünf wirklich vollfertige Essen ist das doch sehr sehr gut. Ja. Und man wird wirklich satt. Man denkt das oft nicht, wenn man die Portionen sieht, aber man wird wirklich satt. Genau. Und für fünf Essen, also hier ist Essen, sagen wir mal zehn Euro für zwei Personen. Das ist doch eine super Sache. Und du musst nicht einkaufen gehen. Es ist alles drin. Alles, was du an Gewürzen und so brauchst. Du musst halt sowas wie Salz, Zucker, ein bisschen Öl, ein bisschen Brühe oder so im Haus haben. Aber alles andere packen sie dir damit zu. Genau. Und das zeigen wir euch jetzt mal. Gucken wir mal rein. Dafür haben wir eine Unboxing-Schere. Es gibt Leute, die haben Unboxing-Messer. Wir haben eine Schere. So. Und jetzt machen wir mal auf. An der Seite ist immer so ein bisschen Motto of the week. Ich weiß nicht, seht ihr das? Ja. Diesmal Grünkohl. Den gab's letzte Woche. Und da sind auch immer die Gerichte drin. Einmal so ein bisschen Tipps und Tricks. So ein kleines Rezept der Woche. Diesmal ist es ein Smoothie. Können wir auch mal machen. Natürlich. Und sie verraten schon immer, was es in der nächsten Woche gibt. Aber das gucken wir uns nicht an, weil nächste Woche ist nächste Woche. Genau. Man muss wissen, es ist ein Abo. Genau. Das heißt, man bekommt das jede Woche. Es sei denn, man teilt dem mit, dass man dann eine Woche mal aussetzen möchte. Aber sonst wird das jede Woche automatisch geliefert. Genau. Und die haben dort Testköche. So eine riesengroße Testküche. Und probieren immer alles einmal vor, damit es auch wirklich für Amateure nachkochbar ist. Auch in der angegebenen Zeit hier unten. Schreiben sie immer, wie lange man braucht. 40 Minuten. An welchem Tag? Also an Tag 1 bis 3. Das heißt, da ist was Verderblicheres mit drin, was nicht für 5 Tage haltbar ist. Welche Erfahrungsstufe das braucht. Das ist jetzt nicht ganz Anfängermäßig. Das ist Fortgeschrittenen. Also Stufe 2. Was sie da mit reinpacken. Also hier geht es um die marokkanische Zucchini-Hähnchenbrust. Und auf der Rückseite hat man dann schon entweder für 2 Personen oder für 4 Personen die Zutaten. Und was man machen muss. Und hier oben hat man dann noch Salz, Zucker, was man halt im Haus haben muss. Und das hat man dann auf 5 Karten für die ganze Woche. Jede ist im Endeffekt identisch aufgebaut. Und passend dazu hat man dann auch das Essen da drin. Interessant ist hier oben die Farbe. Auch die kommen wir später nochmal zu sprechen auf den Rezeptkarten. Ah ja. Und die Essen, die wiederholen sich eigentlich bis jetzt? So gut wie nie. Es gibt mal im Jahr eine Best-of-Woche, wo die nochmal die Rezepte wiederholen, die am meisten geliked wurden im letzten Jahr. Aber das ist ja dann innerhalb von einem Jahr ist das völlig in Ordnung. Und dies ist jetzt unsere zweite Lieferung. Genau. Und bei der ersten Lieferung, das können wir ja auch mal zeigen, gab es dieses tolle Ort. Genau. Und dort kann man dann immer die Rezepte dann lochen, einheften und kann das auch mal nachkochen, wenn man möchte. Hat die Zutaten hier unten ja, wie schon gesagt. Und kann das dann nachkaufen und auch nachkochen. Ist natürlich eine tolle Sache. Und auch sehr, sehr schön gemacht. Sieht gut in der Küche aus. Wirklich wahr. Und jetzt seht ihr eigentlich, alles sehr, sehr gut verpackt. Und ich möchte auch noch kurz zeigen, das ist nochmal die Gerichte von letzter Woche. Eine wirklich sehr, sehr tolle Suppe war mit dabei. Der Salat war überraschend mit dem Bulgur, wo wir am Anfang beim ersten Habs dachten, hmmm. Und mit jedem Habs wurde es lecker, ne? Ja, kann man wirklich sagen. Es ist auch ein warmer Salat, also kein kalter Salat, so wie ich zuerst dachte. Es ist ein warmer Salat. Eigentlich sind alle Essen immer warm. Genau. Und dann haben wir Rinderschmortopfen mit Wurzelgemüse. Auch sehr schön gewesen. Dann Blumenkohl-Puten-Curry. Auch wirklich das Fleisch... Sehr lecker, sehr scharf. Also die Fleischqualität ist auch sehr, sehr gut von der Pute gewesen. Und hier haben wir eine vegetarische Bolognese. Und hier... Wo ist denn das Rindessen? Das hattest du eben als... Ah ja, und auch die Qualität vom Rind war wirklich sehr, sehr toll. So, jetzt geht's aber weiter. Es gibt immer noch so ein paar Infoblätter da mit drinne. Jetzt entschuldigen Sie sich für irgendwas. Finde ich ja auch nett. Entschuldigung. Geht nicht aufzumachen. Es fehlt vielleicht mal eine Zutat. Sie versuchen das dann zu ergänzen und vielleicht das Gericht dann auch neu zu planen. Finde ich aber ganz nett, dass Sie da auch mal was reinpacken. Und was immer noch drin ist, das sind so Prozente-Gutscheine von irgendwelchen Partnern. Das habe ich beim letzten Mal... Nicht benutzt. Nicht benutzt. Auch gleich entsorgt, glaube ich. Das ist jetzt... Aber wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten. Proteine, Sportzeug. Was haben wir hier noch nie gehört? Alavera kenne ich, aber bio-naturell nicht. Und Hibo 15%. Wer es haben mag, gerne. Eher nichts für uns. Dann hat man in der Kiste hier einen großen Beutel. Der ist interessant. Den machen wir nochmal auf. Da ist dieses Kühlzeug drinne. Was sehr umweltschonend verpackt ist. Bis auf die Plastetüte und hier die Verpackung. Ist eigentlich alles mit Papier und umweltschonend und so weiter verpackt. Das kann ich auch heißen, oder? Du könntest ja auch so machen. Hier will die Unboxing-Schere. Ja, genau. Und hier sieht man nochmal ein natürlicher Dämmstoff drinne. Der das dann auch nochmal kalt hält. Das fanden wir da beim letzten Mal schon sehr, sehr gut. Und diesmal eigentlich auch wieder. Und wie ihr seht, hat man hier eigentlich alles drinne, was man so für die Tage braucht. Das finde ich immer sehr klasse, wenn es solche Joghurtbecher und so gibt. Beim letzten Mal waren die ja auch. Ja, das ist ein Schmand. Schmand war auch immer alles nochmal separat irgendwie verpackt. Falls es ausläuft, dass der Rest nicht kontaminiert wird. Haben wir noch einen Trinkbecher. Einen Joghurt ist diesmal mit bei. So, was haben wir hier noch? Käse. Palumi. Und noch einen Käse. Immer, ihr seht, die Verpackungen sind immer so, dass wirklich eigentlich pro Gericht auch nichts übrig bleibt. Also man braucht kein 500 Gramm Käse kaufen, wenn das Gericht halt nur 75 Gramm braucht. Dann packen sie auch nur 75 Gramm rein. Was man bei einer Zwiebel, finde ich auch nicht so schwer hat, wenn man natürlich nur eine halbe Zwiebel benötigt, dann packen sie natürlich die ganze Zwiebel rein. Also kann man das Gericht entweder mit etwas mehr Zwiebeln verfeinern oder... Ja, oder man benutzt ja nur die ganze Zwiebeln. Oder man benutzt ja natürlich. Genau. Spätzle gibt es halt diese Woche dann 400 Gramm. Ist eine ordentliche Portion, sehen auch gut aus. Und wie ihr seht, es ist wieder Bio. Das ist ja ganz oft hier drin, dass sie fast nur Bio-Zeug verwenden. Und darauf legen wir ja eigentlich auch wirklich Wert. So, was haben wir noch schönes? Tomaten. Das müssten Tomaten in Öl sein. Getrocknete Tomaten mit wenig Öl, genau. Sehr schön, sehr schön. Das ist eben alles für den Kühlschrank. Ab und zu packen sie ein Leckerli mit rein. Also das ist jetzt nicht fürs Essen? Hoffen wir. Nee, das ist Käse. Schau. Das ist geriebener Käse, also Parmesan. Wenn ich da, ist auch kein Leckerli, sondern auch Parmesan. Ah, weil wir haben nämlich bei dem ersten Gericht, hatten wir, wie eben schon gezeigt, diese vegetarische Bolognese, haben wir uns gefragt, die haben den Parmesan vergessen. Hier hatten wir die vegetarische Bolognese. Und in unserer Süßigkeitenpackung, also in unserer Süßigkeiten-Schachtel, die in der Küche steht, habe ich das reingelegt, weil ich dachte, es ist Trüffel, also so Nougat oder sowas. Und wenn das andere jetzt Parmesan ist, wird das auch Parmesan sein. Ja, weil hier steht nämlich auch drin, währenddessen Hartkäse reiben. Wir haben den Hartkäse gehabt. Und wir haben gedacht, Mensch, Hartkäse müsste man also auch im Haus haben, weil hier oben steht immer noch, das sollten Sie im Haus haben. Und hier oben steht jetzt nicht der Hartkäse mit dabei. Wir hatten welchen, wir haben Parmesan eigentlich immer im Haus, deswegen war es nicht so schlimm. Aber das war kein Schoki, das war der Käse. Das ist das Hähnchenbrustfilet, wie ihr seht. Aus deutscher Handlung, 125 Gramm, zwei Stück. 250 Gramm, völlig in Ordnung. Und sieht auch optisch einmal ein Tutti aus. Am wievielten Tag müssen wir das essen? Ja, eins bis drei. Eins bis drei. Und dann hier noch Kühlakkus mit dabei. Genau, damit das Fleisch auch wirklich, was haben wir hier? Hier haben wir Schweinefilet. Da hatten wir letzte Woche ja das Rind und den Speck hier auch so ähnlich verpackt. Und das war, wie der Roland schon sagte, qualitativ wirklich gut. Und man hat hinten auch trotzdem immer noch die Haltbarkeit drauf. Also wenn es jetzt wirklich nicht Tag eins bis, also das Schwein hält sich länger als die Pote zum Beispiel. Genau. Wir verlinken euch auch noch die Fotos von der letzten Box, da haben wir welche gemacht. Oder blenden die auch direkt ein. Genau. Und das ist dann schon der Beutel mit dem kühlen Zeug. Wie gesagt, sehr, sehr schön finde ich, dass da so Naturzeug, was man einfach dann in die Tonne ohne sich Gedanken machen muss. Biologischer Baubach. Genau. Ist zwei Gurken. Ich habe mir die Gerichte noch nicht wirklich genau angeschaut, aber anscheinend brauchen wir zwei Gurken. Genau, dann haben wir noch ein Grünkohl. Grünkohl? Grünkohl. Würsing. Würsing. Okay, Würsing. Auch sehr schön. Und? Frötchen. Hamburger Frötchen. Ah, da ist ein Rezept mit Burger bei, wo du sagst, ah, Burger. Weil ich bin nicht so der Burger-Fön, aber... Probieren wir mal. Wir waren doch sehr, sehr positiv überrascht von dem Geschmack der ersten Gerichte. Moment, Moment, Moment. Jetzt habe ich ja... Gib nochmal die her. Jetzt habe ich ja gesagt, hier oben die Farben der Gerichte, die finden wir nochmal wieder, weil jetzt haben wir nämlich hier die Tüten mit allen Zutaten und auf den Tüten findet ihr diese Farben der Gerichte nochmal wieder, sodass man im Endeffekt wirklich eindeutig weiß, welches Essen zu welchem Rezept gehört. Und das machen wir normalerweise auch nicht auf. Und das stellen wir einfach dann so hin, weil meistens sind da Kräuter und alles drin, die im Dunkel gelagert werden müssen. Und deswegen kann man sich das dann einfach so hinstellen. Aber wie gesagt, wir zeigen euch die Fotos von der ersten Box. Da zeigen wir euch mal den Inhalt dieser Tüten, weil wir wollen heute eigentlich online gehen. Genau. Und deswegen... Wir können ja mal in eins eindrücken. Heute essen wir wahrscheinlich Essen Nummer eins, gell? Was ist denn das? Zwei. Es stehen auch immer nochmal Nummern drauf. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Da die drei. Und hier haben wir die eins. Die eins ist die Hähnchenbrust, die auch am ehesten gegessen werden muss. Das ist die da. So, hier die Hähnchenbrust. Und würde ich sagen, machen wir heute auch. Dauert auch am längsten, ist für unter der Woche vielleicht eher zu lang. Dann reißen wir mal auf. Und dann zeigen wir euch mal, wie das eigentlich innerhalb dieser Tüte ausschaut. Ihr seht, es gibt die frischen Kräuter dazu. Auch immer nur so viel, wie man wirklich für das Gericht braucht. Ja, knistern tut's. Kann ich leider nichts mehr. Eine Zwiebel. Wie eben erwähnte Zwiebel. Und Essen. Ja, ihr denkt, das sieht überschaubar aus, aber zusammengemischt ist das dann doch sehr, sehr viel. Und hier die Gewürzmischung. Die Gewürzmischung. Satare. Was auch immer da drin ist. Das haben wir noch schöne. Eine Zucchini. Reis. Ein Dieter Zucchini. Und den Reis oder was auch immer dazu gehört. Reis. Was macht die Reis? Und schon ist die Tüte alle. Die Tüte kann man recht gut dann nachher für den Abfall benutzen. Nein, da ist noch was. Senf. Haben wir aber auch immer im Haus. Ja. Und so sieht eigentlich der Inhalt jeder dieser Tüten aus. Halt unterschiedliche Zutaten. Und so macht man die dann einfach am Tag des Kochens auf. Rüht sich seine frischen Sachen raus. Ja. Und fängt an zu kochen. Ja. Und was ich noch empfehlen würde, geht bitte alle Gerichte vorher nochmal durch. Schaut, was ihr im Haus haben solltet. Weil wir hatten letztens ein Gericht, da haben wir Hühnerbrühe und die hatten wir nicht. Und das hätten wir gerne am Sonntag gekocht. Ja. Und da hatten leider alle Läden zu. Konnten wir nicht einkaufen gehen. Also wenn ihr es bekommt, schaut drauf, was ihr im Haus haben solltet. Meistens hat man das auch. Und schaut, ob ihr das noch einkaufen müsst. So. Das war es jetzt aber dazu. Nachher zeige ich, würde ich sagen, zeigen wir euch nochmal das fertige Gericht. Von heute. Das können wir euch heute noch machen. Genau. Und dann, guten Appetit. Bis später. Bis später. Bis später. Das war's für heute. Das war's für heute.